Warte, warte, warte. Öffne die. Was ist denn jetzt hier mit Chari? Wann kommt der denn? Das ist eine gute Frage, aber ich kann ihn anrufen. Chari ist mit Sicherheit noch in Wuppertal oder so. Er hat die Ausfahrt verpasst nach Monaco. Hallo, hi Boss, wo bist du? Wo bist du? Wo ist hier? Eine Minute hier bei euch am Tor. Oh, gut. Hast du die richtige Ausfahrt gefunden? Soll ich schon mal Tor aufmachen? Ja, bitte. Ja, okay, wenn du eine Minute da bist, mach ich auf. Okay, Chanaya ist auch hier. Hallo. Chanaya, ich hab ein paar schöne Farben für dich. Dosen. Perfekt. Warte, ich hab Bescheid. Ciao. Hallo. Hallo, Carmen. Grüß euch. Grüß dich. Hallo. Grüß die US-Art. Alles gut? Grüß dich. Danke. Bist du gut gefahren? Hallo. Grüß dich. Hallo, Carmen. Alles gut? Danke schön. Ja, war gut. Strecke. Ja, ne? Aber ich hab ein paar Sachen für dich mitgebracht. So, erst ein paar Sachen habe ich für Robert. Geschenke auf Carmen. Auf Geschenke? Wieso Geschenke? Ah, jetzt siehst du, warum er den Bart hat. Das ist der Weihnachtsmann. Ja, genau. Andreas, der Weihnachtsmann. Was ist das? Was hast du bestellt? Armstrong. Was ist denn Armstrong? Armstrong? Was ist das? Die Platten für deinen Killer. Okay, ob manche kaputt hatte. Ja, ja, ja. Sehr schwer. Cool. Das ist dann hier Kleber. Wir probieren jetzt mit den Zweikomponentenkleber, Robert. Genau. Ob wir die Maschine ans Halten kriegen. Genau. Hast du mitgebracht? Sehr gut. Und hier natürlich so Putzzeug für Sultan, hier Alufelgeleiniger, bla 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 bla. Okay, sehr gut. Na, mitgebracht. Guck mal jetzt. Oh, Shania. Jetzt kannst du dich nicht mehr beschweren. Oh. Das war cool. Oh, wie geil ist das denn? Jetzt kannst du richtig loslegen. Na, jetzt hast du keine Ausrede mehr, Shania. Ja, ja. So, jetzt musst du arbeiten. Jetzt wird gearbeitet. Für mich. Was ist das? Da musst du gucken. Warte, gucken ob man richtig rum ist. So ist es richtig rum. So ist es richtig rum? Genau. Dann musst du hier aufmachen. Oh, ich glaube ich weiß es auch. Ich weiß es auch. Oh. Oh. Eieiei. Was ist das? Der Humidor. Der Humidor zurück. Der Kaputt war. Von Wohl. Das sieht geil aus. Boah, wie geil ist das denn? Der ist geil. Boah. Shari, du hast Inhalt vergessen. Der Humidor ist ja leer. Was ist denn hier los? Ja, müssen wir nachholen. Boah, ist der schön. Sehr gut. Boah. Schön, ne? Glänzt auch schön, ne? Riecht immer noch nachts Zigarren. Ja klar, da waren ja auch Zigarren drin. Die habe ich erst mal so mitgebracht, damit wir dann zusammen ... Ich mag die aber ohne Harz. Ohne Harz sieht auch gut aus, ne? Hat auch was, aber ich finde mit Harz kriegt es halt noch mal eine Tiefe. Die Farben werden präsenter. Und wir können noch diesen ... Ich stehe ja so ein bisschen auf Glitter. Können wir noch so Glitter mit einbauen. Oh, was ist das hier? Ja, hat er mir doch geschickt. Oh, die beiden kenn ich. Na ja. Guck mal, das ist ein gut aussehender Typ hier. Ja, das sieht echt gut aus. Oder? Das sieht scheiße aus. Ja, aber das ist eben so im normalen Leben. Du siehst ein bisschen gruselig aus. Ja, ne? Und jetzt bin ich mal gespannt. Oh, was so eine Größe. Oh, was so eine Größe. Don Juan rein, das Jet Set. Mega. Da habe ich ja eine Serie gemacht. Davon haben wir jetzt vier Stück. Also vier ähnliche. Der ist einer davon von den vier. Und die anderen ... Ah, die hast du auch noch dabei? Ja, ja, klar. Machst du? Ah, da oben mit Bunayana. Ja. So. Wow, ist das geil. Das ist der zweite aus der Serie. Das ist auch cool. Sehr cool. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Vorsicht. Sehr cool. Boah, sind die ... Sag ruhig da drüben, du. Warum schreit der denn so? Keine Ahnung. Weil der nicht sehen darf. Weil wir ihm die Bilder nicht zeigen. Wow. Oder? Nummer drei. Ja. Die müssten wir eigentlich jetzt dann in Saint-Tropez verkaufen heute. Ja. Ich weiß gar nicht, wo wir die ... Müssen wir nachher mit zum Hafen. Wo die hinstellen uns. Ich würde ja nicht alle behalten. Boah. Die sind so schön. Die sind so schön. Die werden so geil nebeneinander. Ja. Da müssen wir aber ein neues Haus verbauen. Moin, neues Haus. Hast du den Batman auch mit? Ja, ja, klar. Gut. Gut. Wo wolltest du denn den Batman hin? Hier kommt der Batman. Ja. Ach, da hast du sie ja. Dein Hübschen. Genau. Der kommt in den Flur. Ja, der kommt nicht. Ja. Dankeschön. Bitte schön. Wow. Boah. Jetzt muss ich aufhelfen. War ich so serious? Is good? War ich so serious? Was ist mit der Halle, Robert? Fährst du? Ja, ab und zu fahr ich. Ab und zu fahr ich. Rum, rum, rum. Ich fahr nur dann, wenn du nicht hier bist. Ist ja kein Zweisitzer. Ja, deswegen. Ich kann nur alleine an den Beach fahren. Aber cool, ne? Ja. So, jetzt gehen wir mal gucken, wo wir die Bilder aufhängen. Kannst du los? Warte, warte, warte. Kannst du los auf mich? Nee, du machst. So, das Zebra hat jetzt ausgedient. Ja. Ich würde zwei. Jetzt hänge mal den Hengst auf. Ja, mega. Einer ist auch gut, ne? Einer, einer, einer. Ein zweiter, glaube ich, ist zu viel, oder? Oder sollen wir einmal dran halten? Ich bin der Meinung, du musst zwei. Nämlich die zwei, die zusammenpassen. Das ist gut und das andere passt auch dazu. Das ist mega. Siehst du, dass du auf der Seite auch noch drauf bist, ne? Ja, sehe ich da. Wo? Ja. Hier. Das stimmt. Wow. Oh ja! Oh! Ah, super. Ich bin mehr dran. Oh, Roberto steht doch überall. Hier. Roberto steht auch oben. Ja. Ich habe euch schon ein paar Mal eingearbeitet. Hier. Sehr gut. Hier sind wir ja soweit gekommen. Der Batman. Ja. Der Batman muss ja hier hin. Das heißt also, der Romero Brito noch wieder weg. Ja, der Romero Brito muss leider weg. Oh, was für eine Ehre. Was? Schon wieder fällt Romero Brito. Ich habe professionelle Sachen im Auto fürs Aufhängen. Dann hole ich die Matsch. Okay, weil die Bilder mit einer professionellen Stelle vor, die fahren runter. Da fährt ja ein paar Bögen runter. Geht nicht. Muss schon vernünftig aufgehängt werden. Hält das? So, das hält. So hält das. Okay. So. Jetzt holen wir unser Material. Dann geht's noch. Charlie, was machst du? Ja, ich dachte, das wäre der Handknopf. Wo geht der denn an, Mann? Der sah aus wie ein. Wie geht der denn an? Ah, so. Ich habe keine Versicherung, ja? Okay, wir wissen gar nicht, dass du hier bist. Du brauchst noch einen Helm. Du bist viel höher, das weißt du, ne? Vielleicht sollten wir das nicht filmen, was wir jetzt hier gerade tun. Das sieht so ein bisschen professionell aus. Alles gut. Aber das Ergebnis wird stimmt. So. Fünf Meter versuchen, ein Bild aufzuhängen. Nagel in die Wand zu hauen. Ja. Hey, ihr wisst schon, das wäre eigentlich für Gasbeton, kannst du einen John Nagel reinhauen, ne? Ach. Ja. 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 Du hast gerade den Chef eingebohrt, oder? Wolltest du auf der anderen Seite gucken gehen? Kann ich meine Nachtwahn? Nein, wir bis jüngsten hier, können wir hier noch ein bisschen draufhängen. Wir landen an Bühlen. Ja, du kommst. Ja, du kommst. Nicht zu fest, ich stutz die Wand ein. Falsch. Wir haben extra ein Pappe gebaut. Nachhaltigkeit zählt. Gut. Wenn wir das Haus nehmen wollen, nehmen wir ein Feuerzeug. Okay. Jetzt runter. Perfekt. Ja. So. Ich muss dir jetzt vorstellen, es kommt noch ein Element dazwischen, dann geht das Sofa ja nochmal um 60 Zentimeter raus. Richtig. Dann geht der... Endet praktisch die Couch, endet ja da. Genau unter dem Bild. Weil das Teil kommt ja weg. Ja, das kommt ja weg. Die kommen, glaube ich, morgen oder übermorgen, muss ich jetzt nochmal nachgucken, dann müsste die Couch eigentlich bis hier hingehen. So. Bis hier. Wenn das dann weg ist, dann hängen die Bilder perfekt. Ja. So, dann gehen wir in das Nächste. Hast du gut gemacht. Mega. Siehste, bei mir passen die Wände perfekt zum Bildern. Perfekt zum Bildern. Naja gut, jetzt hast du das Bild ja zur Wand gemacht. Genau, das stimmt. Anders wie im Apartment. Ja. Passt, wie faust aufs Auge. Ja. Das wird immer interessanter in der Stelle. So. Geh wieder rein. Ich kann keinen sehen. Ich stelle voll den Knallchen rum an. Am besten hier auf die Dinger noch. Guck, er schlägt jetzt nur noch rein hier. Jetzt ist er ganz clever. So. Da ist die Mitte. So. Ist er die Mitte dabei? Ja. Hier ist die Mitte genau am Kabel. Okay. Sieht gut aus. Aua. Ja, das ist so. Da muss man auch nicht das Brustchen zeigen. Weißt du? Da war ich so abgelenkt. Hab ich die Füße nicht gesehen. Charmant. Ehrlich wahr. Die letzte Zeit. Was kann ich denn dafür? Weil ich geschockt bin. Weil ich geschockt bin. Ja, ist total. Ich war aber von dem Anblick geschockt. Geschockt? Ja, positiv. Ja, dann ist man ja. So genau. Da, so müsstest du hinkommen. So. So wärst du perfekt. Ich bin sogar am überlegen, ob wir die Lampe nicht zuhängen. Du bist so wahnsinnig. Guck mal. Doch. Ich hab das Problem mit meinem Vorhang. Weil die Vorhänge gefallen mir ja nicht. Also muss ja für den Vorhang eine Gardinenstange da hinkommen. Dann muss das Bild über der Gardinenstange hängen. Ich sag's dir nur. Ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee. Oh je. Carmen hat ne Idee. Robert, was hältst du davon? Dieses Ding abmachen und hier in der Mitte dran. Guck mal Charmant. Ohne das Seil. Nur das Teil. Nee, ich will ja oberhalb der Lampe hinkommen. Und oberhalb der Lampe, wenn ich jetzt diese Fuge hier nehme. Die unteren. Wenn das jetzt die Höhe von der Lampe ist, sieh ich die Lampe nicht mehr. Ja. Ich glaube aber uns fehlen zwei Zentimeter. Das ist die Angst, die ich hab. Dass die Lampe größer ist als der Abstand hier. 85. 84 durch 2 sind? Ja. 42. Passt hartlich. Guck mal da runter. Auge. Ja. Auch nicht mehr. Finde ich super. Ja? Ja. Finde ich mega. Und ich mach den mit Andrew Holtborn oder mit Meli Mondo. Jean-Paul beim Mondo. Ja. Louis de Finet? Ja. Louis de Finet finde ich gut. Mit Saint-Tropez was. Pass auf. Mit dem Lame. Cool. Ja. Jetzt brauche ich nicht ein EK. Jetzt brauche ich nicht ein Besen. Wesen. Hier. Wesen. Wesen. Passt kurzer Arm. Du musst jetzt ein bisschen weiter nach rechts noch. Jetzt. Lass mal. Ich glaube ja. Jetzt sind wir ja. Ich glaube ja. Ist aber gut. Ist doch perfekt. Ja. rupeesos. ich guckele friert. Sch墜bs!